Peugeot bietet den 308 jetzt in zwei elektrischen Versionen an. Einmal als Limousine und einmal als Station Wagen, also in der Kombi-Version. Und damit herzlich willkommen bei Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Damit auch liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion direkt vom Schnittplatz. Wir gehen in den vorweihnachtlichen Endspurt und haben einen kurzen Fahrbericht zum Peugeot 308 SW mitgebracht. Ein Fahrzeug, welches wir durchaus auch noch einmal etwas länger bewegen wollen, denn der neue Antrieb, der scheint recht sparsam zu sein. Dieses Video wird euch präsentiert von Zabtec, dem norwegischen Marktführer für intelligente Ladelösungen für Elektroautos. Zabtec bietet smarte Ladelösungen für euer Zuhause, mit denen ihr euer E-Auto ganz einfach ladet. Im Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus ein- oder dreiphasig mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung und das Ganze mit 5 Jahren Garantie. Zabtec lädt jedes Elektroauto. Weitere Informationen unter www.zabtec.com.de. Den Link findet ihr natürlich auch in der Infobox unter diesem Video. Das Angebot an Elektro-Kombis ist derzeit noch, um es freundlich zu sagen, sehr übersichtlich. Interessenten dürfen sich deshalb freuen, dass Peugeot den neuen 308 nicht nur erstmals mit E-Antrieb, sondern außer der Limousine auch als SW, also als Kombi, auf die Räder stellt. Der misst in der Länge 4,64 Meter, in der Breite inklusive Außenspiegel 2,06 Meter, in der Höhe 1,44 Meter und hat einen Radstand von 2,73 Meter. Optisch haben die Designer eine Menge für eine gute Aerodynamik getan. Das gilt für das Gesicht mit dem Kühlergrill, den schmal geschnittenen LED-Scheinwerfern und der langgezogenen Fronthaube, die glatt geschiffenen Flanken sowie das Heck mit einem Dachspoiler. Das Kofferraumvolumen beträgt 548 Liter und kann bei vorgeklappten hinteren Lehnen auf bis zu 1574 Liter erweitert werden. Bei einem Leergewicht von 1,8 Tonnen dürfen maximal 384 Kilogramm zugeladen werden, ein Fronk gibt es nicht. Zwar bietet Peugeot eine Anhängerkupplung an, doch gezogen werden darf mit der E-Version des 308 nicht. Die Kupplung dient mit einer Stutzlast von 80 Kilogramm lediglich als Halt für Fahrradträger, das gilt auch für die Limousine. Antriebstechnisch gibt es keine Unterschiede zwischen den beiden Karosserie-Varianten, die beide wie beispielsweise auch der Opel Astra auf der ePMS-Plattform des Delantis-Konzerns aufbauen. Der E-Motor leistet maximal 115 Kilowatt, also 156 PS und hat einen Drehmoment von 270 Newtonmeter. Die Energie wird in einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 51 Kilowattstunden netto, also 54 Kilowattstunden brutto, gespeichert. Das soll laut Hersteller nach der WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 409 Kilometer beim Kombi und 415 Kilometer bei der Limousine ermöglichen. Der Akku arbeitet mit 400 Volt und hat eine neue chemische Zusammensetzung mit 80% Nickel, 10% Mangan und 10% Kobalt. Der Verbrauch wird mit 15,6 bzw. 15,7 Kilowattstunden für die 100 Kilometer Distanz angegeben. Geladen werden kann an der Wallbox mit einem 11 kW Onboard-Lader von 0 auf 100% in 5,5 Stunden oder mit maximal 100 kW an der Schnellladesäule in weniger als 35 Minuten von 20 auf 80% State of Charge. Wir waren mit dem Peugeot 308 SW in den Hügeln rund um Tarragona in Spanien bei noch angenehmen Temperaturen um 18 Grad Celsius unterwegs. Trotz wahrlich nicht zurückhaltender Fahrweise zeigt der Bordcomputer nach etwas mehr als 100 kurvenreichen und bergigen Kilometern einen Verbrauch von 16,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Das kann sich mehr als sehen lassen. Die überwiegend flotte Fahrt ist vor allem auf das exzellent abgestimmte Fahrwerk zurückzuführen. Nicht nur das schlechte Straßenverhältnis des Souverän weggefiltert werden. Nein, der 308 Kombi fegt zudem auf den serienmäßig verbauten 18 Zoll Alu-Rädern rasant um noch so enge Serpentinen, bleibt dabei extrem gut in der Spur. In Zusammenhang mit dem guten Antritt und dem Durchzugsvermögen verlockt das halt immer wieder dazu, das rechte Pedal etwas heftiger in Richtung Bodenblech zu drücken. Wird der Peugeot 308 SW weniger sportlich in der Innenstadt oder auf der Landstraße bewegt, lässt sich der WLTP-Verbrauch locker unterbieten. Zwischen 13 und 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer sind leicht machbar, wenn der Eco-Modus, zusätzlich gibt es Normal und Sport, gewählt und die Taste B für eine erhöhte Rekuperation gedrückt ist. Dann spielt es auch keine Rolle, dass die Rückmeldung der Lenkung durchaus ein wenig besser sein könnte. Vor dem Lenkrad findet man generell das sogenannte i-Cockpit der neuesten Generation. Es beinhaltet das vom Peugeot bekannte kleine und beheizbare Lenkrad, einen multifunktionalen 10 Zoll Touchscreen mit individuell anpassbaren Kacheln sowie einem hochwertigen Infotainment-System. Integriert sind unter anderem digitaler Radioempfang, Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, je zwei USB-C-Anschlüsse vorne und hinten, das Navigationssystem TomTom und die Sprachsteuerung. Das Kombi-Instrument ist grundsätzlich digital, ab der GT-Ausstattungsversion in 3D-Ausführung. Die manuell verstellbaren und beheizbaren Sitze vorne sind nicht nur bequem und fest gepolstert, sondern geben auch einen guten Seitenhalt. Auf der Rückbank haben selbst Mitreisende mit einer Körpergröße von 1,85 Meter noch absolut ausreichende Beinfreiheit. Der schon in der Basis mit einer Vielzahl von Assistenzsystemen, LED-Scheinwerfern, Rückfahrkamera, Einparkhilfe und Wärmepumpe ausgestattete Peugeot wird Anfang des kommenden Jahres mit Preisen ab 44.765 Euro zu den Händlern kommen. Der Peugeot 308 SW kostet 1.000 Euro Aufpreis. Und ganz ohne Aufpreis geht es jetzt zurück zur Verabschiedung zum Wolfgang. So, zurück von der Testfahrt mit dem 308 SW. Und wir sind echt überzeugt von dem Auto. Der muss ich wirklich sagen, Fahrwerk ist sensationell, der liegt gut in der Hand. Jetzt sind wir aber auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zu dem Auto? Schreibt es uns in die Kommentare, gebt uns ein Like. Und wenn ihr ihn noch nicht gemacht habt, würden wir uns natürlich über ein Abo sehr freuen. Schreibt es uns in die Kommentare, gebt uns in die Kommentare, gebt uns in die Kommentare.